Stell dir vor, du gehst zur Arbeit und eine wunderschöne Frau schaut in deine Richtung. Aber sobald sie in deine Richtung schaut und du denkst, meint sie vielleicht mich? Merkst du, da ist jemand anders, mit dem sie gerade reden möchte und der andere Kollege lächelt sie an, sagt schon Hallo, geht auf sie zu und du bist mal wieder außen vor. Alle deine Freunde haben mittlerweile eine Partnerin, du bist Mitte 30, vielleicht schon Mitte 40 und du hast immer noch nicht die richtige gefunden, mit der du dein Leben verbringen möchtest. Freundin finden, das ist doch überbewertet, ich brauche den ganzen Schrott nicht mehr, sagt dir da eine Konterreaktion in deinem System. Ich will diesen Frust nicht mehr, diesen Druck, also schiebe ich es von mir weg. Ein Mann hat sich bei uns gemeldet und hatte genau diese Drucksituation. Er wollte unbedingt die richtige finden, er wollte endlich eine Partnerin haben, auf Augenhöhe, mit der er sein Leben teilen kann. Und in diesem Kontext des Drucks haben wir eine krasse Entdeckung bei ihm gemacht. Nämlich, dass der Zustand, den er mal hatte, als er seine erste Freundin kennengelernt hat, ein ganz anderer war. Und aus diesem Zustand heraus haben wir etwas gebastelt, mit dem er heute wunderschöne Erfahrungen mit Frauen sammelt. Und durch dieses Gespräch, was wir erst vor zwei Wochen geführt haben, hatte er in derselben Woche noch zwei Dates. Richtig wunderschöne Dates, voller Leichtigkeit. Der Mann, der hat mich angestrahlt und war so happy, weil er gesagt hat, du hast recht, Andi. Der Druck, das war das Problem. Der Druck war das Problem. In mir steckt schon alles, was ich brauche. Und dank diesem Gespräch weiß ich jetzt, wie ich wieder zurück in diesen Genusszustand kommen kann. Wo Dinge für mich passieren. Herzlich willkommen im Freundinnen finden Podcast. Dein Podcast, um Frauen zu erobern und zu behalten. Ganz wichtig, die du wirklich möchtest. Mein Name ist Andi Friday, dein Coach für Männer mit Herz und mit dabei unser Experte für Selbstbewusstsein, Dominik Van Aave. Yes. In dieser Folge gehen wir darauf ein, wie du den Druck los wirst, wie du über den Druck hinüber transzendierst und dadurch dir eine Situation erschaffst, ein Leben erschaffst, das von viel mehr Freude, von viel mehr Leichtigkeit geprägt ist und wo es dir auch leichter fallen wird, genau die richtigen Frauen in dein Leben zu ziehen. Also, lass uns starten. Freundinnen finden. Freundinnen finden ist ein Begriff, den wir hier ja als Titel im Podcast verwendet haben, aus gutem Grund. Weil, wenn du keine Freundin hast und du dir gerne eine Partnerin wünschst, gerade jemanden auf Augenhöhe, mit dem du dein Leben zusammen teilen kannst, jemanden, der tolle Werte hat, intelligent ist, eine Partnerin, die du gerne auch deinen Eltern, deinen Freunden vorstellen würdest, wo du dich einfach wohlfühlst, geborgen fühlst. Das ist nicht nur irgendeine Frau, mit der du mal schläfst. Das ist deine Partnerin. Das ist die Richtige. Und dieser Podcast ist genau diesem Thema gewidmet. Wir machen das seit über zehn Jahren. Wir wissen, wovon wir sprechen. Da hinten siehst du die ganzen glücklichen Gesichter von Männern, die hier unsere Wand zieren, die in unserem Coaching ihre Freundin gefunden haben. Aber warum sagen wir jetzt in dieser Folge trotzdem, Freundinnen finden ist überbewertet? Das liegt daran, dass der Begriff, der allgemein gegenwärtig verwendet wird, Freundinnen finden, weswegen der Podcast auch so genannt ist, vielleicht gar nicht so clever ist in der Gesellschaft als Suchbegriff. Denn genau das ist es schon. Es ist ein Suchbegriff. Nicht wahr, Dominik? Wenn wir sagen, ich möchte eine Freundin finden, dann sagen wir ja eigentlich, ich suche gerade eine Freundin. Denn wenn ich suche, dann kann ich auch etwas finden. Ja. Aber wo ist das Problem beim Freundin suchen? Wenn wir eine Freundin suchen, dann sind wir im Mangel. Ganz genau. Und dieser Mangel, der äußert sich in Druck. Der äußert sich in ganz viel Vergleich mit anderen Menschen. Und das sorgt für noch mehr Druck und noch mehr Mangel. Und damit sind wir einfach nicht in einem leichtherzigen, entspannten Zustand, um eine Partnerin zu finden. Und genau die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Der Teilnehmer, der zu uns gekommen ist und der, die mir diese Frage gestellt hat, der hatte eben dieses große Problem, dass alle seine Freunde um ihn herum mehr und mehr Partner gefunden haben und er als einziger noch nicht. Und da ist es ja klar, dass du dann irgendwann mit Mitte 30, wenn du noch Jungfrau bist, irgendwann so viel Druck verspürst, dass du sagst, ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche Hilfe. Irgendjemand muss mir dabei helfen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber die Ausgangslage, die müssen wir verändern. Denn die Ausgangslage, die kannst du jetzt schon, auch wenn du zu Hause bist und nicht bei uns im Coaching bist, da kannst du auch schon mit einem anderen Blick deine Ausgangslage verändern, womit es für dich viel leichter fallen wird, auch eine Partnerin zu bekommen. Nicht zu finden, sondern zu bekommen. Und das, mein Lieber, das ist ein anderer Zustand. Das ist nicht der Zustand des Drucks, sondern das ist ein Zustand, den wir allgemein als Genießen bezeichnen. Jetzt ist die Frage, wie soll ich denn, wenn ich Druck verspüre, eine Freundin zu bekommen und ich habe niemanden und ich bin einsam und ich möchte endlich auch mal körperliche Nähe haben. Wie soll ich das denn bitte genießen? Okay. Der Genuss ist nicht der Genuss des Mangels. Wenn du versuchst, das zu genießen, was dir Schmerz bereitet, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber wovon wir sprechen, ist, dass du die Schönheit, die jetzt schon überall um dich herum ist, anfängst wahrzunehmen. Lass uns mal einen Schritt zurück machen von dem Ganzen, wie schaffe ich das? Wir machen uns viel zu viele Gedanken, wie soll ich denn eine Freundin bekommen? Wie soll ich eine Frau ansprechen? Was soll ich richtig machen? Was soll ich falsch machen? Was soll ich verhindern, damit ich keinen Fehler mache? Und all diese Wie-Fragen, die vernebeln uns die Sicht. Wir suchen nur noch nach den richtigen Instrumenten, den richtigen Sätzen, den richtigen Worten, den richtigen Handlungsweisen, den richtigen Körpersprachen und, und, und. Und, dass wir ganz vergessen haben, warum wir das überhaupt machen. Und warum möchtest du denn eine Partnerin? Weil wir gerne jemanden lieben wollen und von jemandem geliebt werden wollen. Weil es der Zustand ist, der Liebe, der uns so zusagt. Und dieser Zustand der Liebe, den findest du überall, wenn du die Augen aufmachst. Wenn du die Augen nicht aufmachst, dann siehst du die ganze Zeit nur Druck und, oh Mann, was soll ich machen? Wenn du durch die Straßen läufst und du denkst, ja, ich bin einsam und, Mann, alle anderen, die haben eine Partnerin, aber ich nicht, dann hast du Scheuklappen auf. Dann siehst du nicht die Welt, wie sie wirklich ist. Und wir sehen das richtig glasklar, immer und immer wieder, bei den Teilnehmern, die dann, nachdem sie bei uns im Coaching angefangen haben, diesen Wechsel vornehmen. Denn wenn sie dann durch die Straße laufen oder sich mal auf eine Parkbank setzen, dann sehen sie tolle Menschen. Sie sehen toll angezogene Männer, toll angezogene Frauen, Menschen, die einfach irgendwie eine gewisse Ausstrahlung haben, Pärchen, alte Menschen, alte Pärchen, junge Pärchen. Und all das ist ein Beweis dafür, dass es Liebe gibt. Dass es Schönheit und Zweisamkeit und Intimität auf der Welt gibt. Und zwar in mannigfaltiger Ausführung, überall, überall um dich herum. Und wenn du das nicht einmal wahrnehmen möchtest, weil du sagst, ja, aber ich, 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 dann machst du den ersten Fehler, von dem wir so oft reden. Dann bist du nämlich in deinem eigenen Kopf, in deinen eigenen Gedanken und du bist nicht in der Gebermentalität. Du genießt nicht das, was andere schon haben. Du freust dich nicht für andere. Diesen Schritt müssen wir erst mal machen. Ich weiß, das hört sich an wie, Andi, was ist das für ein Quatsch? Ich will eine Freundin haben, ich will mich nicht für andere freuen. Aber genau da ist der Fehler. Wenn du dich nicht dafür freust, dass andere schon eine Partnerin haben und du dich nicht wirklich, wirklich einmal hinsetzt und das Ganze auf dich wirken lässt und ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern lässt, dann bist du im falschen Zustand, der es dir schwierig macht, auf andere zuzugehen, das Gespräch zu beginnen und dann auch eine Freundin zu bekommen. Wenn du aber im richtigen Zustand des Genusses bist, dann sitzt du da, siehst vielleicht die alte Frau, die gerade sich einhakt bei ihrem Ehemann und die sind seit 50 Jahren zusammen. Du siehst vielleicht das Pärchen, das sich gerade hinsetzt, um ein Selfie zusammen zu machen und sie hat ein Blumenkleid an und er sieht aus, als ob er gerade aus irgendeinem anderen Land kommt und sie besucht seine Freundin, die er damals im Fernstudium kennengelernt hat. Und du siehst Liebe, wie sie gerade vor dir ist und das einmal zu genießen und zu sagen, boah, das ist doch mega schön. Wie wenn wir ein Kätzchen oder ein Hündchen sehen oder ein kleines Baby, dann freuen wir uns doch auch. Das hat nichts mit uns zu tun. Wir freuen uns einfach für, wie toll es ist, dass es noch schöne Sachen auf der Welt gibt und Menschen gibt, die sich freuen und andere, die sich freuen und ein Lächeln auf den Lippen haben. Das einmal auf uns auswirken zu lassen, das macht eine ganze Menge. Und aus diesem Zustand heraus hat dieser Teilnehmer, von dem ich vorhin gesprochen habe, als wir gesprochen haben, einmal gesagt, boah, stimmt, früher habe ich das genauso gemacht. Als ich meine erste Freundin kennengelernt habe, da war ich nicht im Mangel, da hatte ich keinen Druck. Ich habe einfach nur genossen, es war eine gute Zeit, ich war mit meinen Freunden unterwegs und es war alles lustig und ich habe richtig schön alles genossen. Und dann war die Frau vor mir und ich war in guter Stimmung und ich habe auch sie toll gefunden, schön gefunden. Ich habe ihren Anblick genossen und aus diesem Lächeln heraus, aus dieser Leichtigkeit heraus, konnte er dann auf sie zugehen und sie haben das Gespräch begonnen und so hat er seine erste Freundin gefunden. Er kannte diesen Zustand. Das heißt, dieser Zustand ist nicht etwas, was wir uns irgendwie nochmal erarbeiten müssen. Der steckt schon in uns, der war schon immer da. Ja, dieser Zustand des Genusses, der Fülle, der Liebe, der ist da und mit dem sollten wir anfangen, bevor wir anfangen, uns um das Wie zu kümmern. Wie soll ich denn eine Freundin finden, wie soll ich denn eine Freundin, Frau ansprechen und so weiter. Genau, also es ist einfach genau dieser Druck, der zum Mangel führt und vor allem dann auch zu solchen Situationen und das siehst du wahrscheinlich auch in deinem Leben und vielleicht kennst du das von dir selber auch. Wenn du halt den Druck hast und dich vielleicht mit deinen Freunden vergleichst, die ungefähr im selben Alter sind wie du oder mit einfach anderen Menschen vergleichst. Und dann siehst du, okay, die haben jetzt alle irgendwie eine Beziehung und das ist anscheinend die große Trophäe, die ich jetzt auch haben muss. Und dann lernst du vielleicht genau mit diesem Druck auch eine Frau kennen. Wie wahrscheinlich ist es, dass du dich direkt für diese Frau entscheidest, damit der Druck weg ist? Und wie wahrscheinlich ist es, dass diese Frau, die du einfach mit diesem Druck kennenlernst, einfach die erste Frau, die du kennenlernst, die in irgendeiner Form nett zu dir ist, genau die richtige für dich ist? Sehr unwahrscheinlich. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass genau diese Frau die richtige für dich ist, weil du nie gelernt hast, herauszufinden, wer du eigentlich bist, was du eigentlich willst. Das Einzige, worauf du dich konzentrierst, ist den Druck abbauen. Das Leiden beenden. Und damit bist du halt, damit hast du dich halt für den falschen Weg entschieden, also für den Weg von Leiden beenden, anstatt, also für Druck verhindern oder Druck beenden, anstatt fürs Genießen, für Selbstliebe, für das Schöne im Leben. Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, genau. Auswahl. Also das sind, das sind, das Ziel ist das Gleiche, so eine tolle Frau an deiner Seite haben, aber die Richtung ist eine völlig andere. Und das ist auch die Energie, die eine völlig andere ist mit dieser Herangehensweise. So wenn ich einfach nur Einsamkeit vermeiden möchte, dann bekomme ich genau das. Wenn ich Druck vermeiden möchte, wenn ich den Druck loswerden möchte, bekomme ich genau das. Und jetzt denkst du vielleicht auch an eine gewisse andere Art von Druck. Und wenn du diesen Druck auch einfach loswerden möchtest, wie befriedigend ist das? Anstatt von in irgendeiner Form das in einer Gemeinsamkeit auszuleben. Und diese Art und Weise halt auf diese, auf Partnersuche, in Anführungszeichen, auf Partnersuche zu gehen. Im Sinne von, ich habe ja alles schon und ich genieße den Moment, ich freue mich für andere Partner. Du wirst einfach dich anders fühlen. Du hast immer noch vorher die gleiche Situation. Von mir aus setzt du dich dann auf diese Parkbank, die Andi gerade beschrieben hat. Du setzt dich auf diese Parkbank, du kannst dich auf diese Parkbank setzen mit dem Druck. Und du wirst überall sehen, ach guck mal, jetzt laufen die da miteinander rum. Jetzt natürlich, überall sind Paare. Jetzt hat hier die beiden Enden, sind jetzt auch in einer Beziehung oder was. Du wirst halt überall getriggert werden davon, dass überall jetzt irgendwelche Paare sind. Du wirst vielleicht sogar solche Sachen sagen wie, wie kann es sein, dass so eine schöne Frau mit so einem Typen rumläuft? Ich bin doch tausendmal besser als der. Das sind dann wahrscheinlich Gedanken, die in dem Kopf rumwandern. Oder in irgendeiner Form so auch, also weitere selbstschädigende Gedanken wie, von mir aus selbst so ein Typ, was auch immer das dann für so ein Typ in Anführungszeichen ist, bekommt eine Freundin und ich nicht. Mit mir kann ja einfach nichts stimmen. Das sind dann genau die Gedanken, die du anziehst, wenn du dich halt mit diesem Druck nach draußen begibst und auf diese Parkbank setzt. Aber du kannst dich anstatt mit dem Druck mit auf die Fülle, auf die Liebe konzentrieren, die jetzt gerade schon um dich herum ist. Wir haben die auch gerade beschrieben dazu. Da sind einfach Paare. Und du freust dich dafür. Du freust dich für vielleicht den Vogelpapa, der gerade irgendwie Äste zusammensucht für ein Nest. So, das findest du süß, das findest du toll oder was auch immer. Du siehst Paare, die miteinander Händchen haltend durch den Park gehen. Und wenn du dich darüber freuen kannst, dann wirst du auch einfach so eine Wärme in deiner Brust spüren. Du wirst strahlen und du wirst plötzlich merken, dass es ganz einfach wird, mit Menschen in Kontakt zu treten. Du wirst plötzlich merken, wie Menschen sich auch mal so zum Beispiel auf der Parkbank neben dich setzen, deine Nähe suchen, ganz automatisch auch länger mit dir im Gespräch bleiben wollen, weil du einfach eine ganz andere Ausstrahlung hast. Und was glaubst du, in welcher Situation ist es einfacher, eine tolle Frau kennenzulernen? Mit dem Druck, wenn du überall Beziehungen siehst und Beziehungen verteufelst und sagst, so, das kann nicht sein, dass ihr eine Beziehung habt, weil ich hab keine. Oder in dem Zustand, wo du Beziehungen segnest und sagst, ich freu mich für euch. Ihr seht super zusammen aus. Ich find's richtig süß, wie ihr verliebt miteinander seid. Glaubst du, dass es aus dem Zustand, also aus dem ersten oder aus dem zweiten Zustand, leichter sein wird, eine tolle Frau in dein Leben zu ziehen? Segnen ist ein toller Begriff, weil der impliziert, dass du das schon hast, was du gerade jemandem wünschst. Und genau das ist die richtige Ansicht auf die Sache. Liebe ist überall um uns herum schon da. Die ist auch schon in dir da. Und wenn wir sagen, nein, 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 meine Liebe, die kommt erst, wenn die richtige Frau vor mir steht, dann machen wir einen Riesenfehler schon in der Kunst des Liebens an sich. Wir heften an diesen Akt des Liebens bestimmte Bedingungen an. Das heißt, wir haben eine Liebe, die auf Bedingungen aufgebaut ist. Und das ist nicht bedingungslose Liebe. Das ist genau das Gegenteil. Ja, das ist die Form, die ganz leicht in Neid, in Eifersucht, in Mangel, in emotionale Abhängigkeit überdriftet. Das ist ein Zustand, ja. Ja, was ich immer ganz gerne, oder was wir auch in diesem Podcast auch, also in den vielen, vielen Folgen immer als Liebe gegen Leistung bezeichnet haben. Und das kennst du dann wahrscheinlich irgendwie aus dem, so die Geschichte, die ich immer gerne dazu erzähle, ist, du bist fünf Jahre alt, malst ein Bild, zeigst es deiner Mutter und Mama sagt, schönstes Bild der Welt, kommt an den Kühlschrank. Einen Sommer später malst du ein Bild, zeigst es deiner Mutter und sie sagt, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Oftmals merkst du, dass du nicht per se liebenswürdig bist. Anscheinend musst du vorher irgendeine Leistung erbringen, damit du wieder deine liebenswürdigen Sachen machen darfst. Und das ist so das erste Mal, das erste Trauma, das wir als Kind erfahren, im Sinne von, wir müssen eine Leistung gegen Liebe erbringen. Liebe gegen Leistung. Und das ist das Gegenteil von bedingungsloser Liebe. Übrigens auch bedingungslose Liebe, weil das halt so ein zusammengeschustertes Wort ist, man benutzt ja auch gerne international das griechische Wort Agape dafür. Wo du jetzt auch gerade wieder in Zypern bist, Andi. Ja. Ja, die Liebe, die wird super viel falsch verstanden. Dieser Zustand, den wir uns eigentlich so sehr wünschen, wird gleichgesetzt mit, es fällt mir in den Schoß. Ich kann mich verlieben und wenn ich mich verliebe, kann ich mich auch wieder entlieben. Und es ist ein Gefühl, was einfach so kommt und geht und ich hätte es gerne für immer. Aber wie Erich Fromm gesagt hat, wenn du dich darauf verlassen willst, dass Liebe kommt und dann bleibt, also dann hast du dein Schicksal abgegeben. Liebe kann nicht ein Zustand sein, der dir einfach so ein Gefühl, das dir zufliegt. Liebe muss mit einer Entscheidung zusammenhängen. Liebe muss mit einer Handlung zusammenhängen. Das ist Liebe. Wenn du dich weigerst zu lieben, dann wird dich auch niemand lieben. Und deswegen gehen wir in Vorleistung und fangen an, die Liebe erstmal wahrzunehmen, die überall um uns herum ist, und das einmal zu genießen. Einfach schön, mega toll. Hier sind tolle Menschen, schöne Frauen, smarte Frauen, adrette Frauen, künstlerische Frauen. Hier sind Pärchen, hier sind Menschen, die lächeln. Da ist Freude in der Luft und ich sehe sie jetzt. Ich nehme sie wahr. Da kommt in mir dann die Öffnung dafür, dass ich die Liebe zulasse zu diesen Menschen und zu dem Zustand an sich, den ich mag. Freude, Leichtigkeit. Und das, mein Lieber, ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die du, auch wenn du gerade im tiefsten Loch bist, kannst du dich dazu entscheiden, einmal die Augen aufzumachen und dich für jemand anderen zu freuen, auch wenn es mit dir nicht selber was zu tun hat. Das macht etwas mit dir. Es ist nicht der gesamte Unterschied. Dann wird nicht magischerweise, wie gesagt, die Frau in deinen Schoß fallen. Natürlich nicht. Das passiert nicht so sofort, sofort. Aber wenn du geübt bist darin, immer wieder deine eigene Entscheidungskraft für deine Selbstwirksamkeit zu nutzen, weil es ist saukrass, wozu wir alles fähig sind, wenn wir erstmal erkannt haben, was unsere Entscheidungen alles für Folgen haben. Und das, mein Lieber, machen die wenigsten, das zu erkennen, wie viel sie eigentlich für Macht haben in ihrem Leben. Sie sagen, ja, das ist wie mit der Liebe. Ich verliebe mich, ich entliebe mich, die Frau kommt auf mich zu. Frauen müssen sich für mich entscheiden, weil ich habe nicht die Eier in der Hose, auf eine Frau zuzugehen. Ja, okay, aber dann lebst du ein Leben wie ein Fähnchen im Wind und wirst die ganze Zeit nur irgendwo hingedriftet. Und vielleicht wirst du happy, vielleicht nicht. Das ist doch kein Leben nach deinem Design. Das ist doch nichts, was wir anstreben wollen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Liebe als Entscheidung und als Handlung zu sehen. Weil wenn diese Frau, die dann irgendwo zum ersten Mal in dein Blickfeld kommt und sie sieht wunderschön aus und ihr Kleid weht im Wind und sie hat ein Buch in der Hand und sie hat ein kleines Lächeln. Ich weiß nicht, woran sie gerade denkt, aber es muss dann irgendwas Schönes sein. Und du siehst diese Schönheit und du genießt es. Und du hast sowieso die letzten 20 Minuten nur tolle Leute um dich herum gesehen. Die anderen, die sind dir gar nicht aufgefallen, die sind nur die tollen Menschen aufgefallen. Und dann, mein Lieber, wenn diese Frau dann immer näher kommt, immer näher kommt und an dir vorbeilaufen will, dann ist es ein viel leichteres aufzustehen und ihr ein Kompliment zu machen. Weil dann denkst du nicht mehr ans Wie. Wie mache ich das jetzt? Du denkst nur noch an die Schönheit. Und ein Mann, der Frauen liebt, wird von Frauen geliebt. Wenn du liebst, dann wirst du auch zurückgeliebt. Dieser Zustand der Liebe, der kommt aus der Entscheidung zur Handlung, zur Liebe. Verstehst du? Dieser Zustand kommt nicht aus dem Nichts. Das ist dasselbe eins zu eins wie Motivation. Kommt auch nicht aus dem Nichts. Motivation kommt, echte Motivation kommt, wenn wir uns dazu entschieden haben, anzufangen. Und sobald wir losgelegt haben, kommt die Motivation, weiterzumachen. Aber einfach nur auf Motivation zu hoffen und vielleicht irgendwelche YouTube-Videos zu gucken, das sorgt für einen kleinen Adrenalinkick, das sorgt für einen kleinen Anhauch von, jetzt probiere ich mal was. Aber dass du es wirklich durchziehst, dazu braucht es immer wieder die Entscheidung, anzufangen. Und da gehen wir immer in Vorleistung. Da haben wir in der Folge 114, ich bin fake, die Folge kannst du dir auch anschauen, haben wir darüber gesprochen, sehr extensiv, was dieses in Vorleistung gehen eines Gefühlszustandes eigentlich wirklich bedeutet. Was du haben willst, da musst du in Vorleistung gehen, dann bekommst du es auch. Und in dem Zustand, wenn du dann auf diese Frau zugehst und du ihr einfach nur ein Ausdruck deiner Zuneigung, ein Ausdruck deiner Wertschätzung, ein Ausdruck deiner, und ich sage es sogar so extrem, Verehrung ihr mitgibst, dann ist das nicht anhänglich, nicht bedürftig, es ist attraktiv, es ist unabhängig, es ist selbstbewusst und es ist verdammt, verdammt charmant. Denn sie spürt all diese Dinge gleichzeitig, sie spürt die Liebe, die du gerade hast, ohne etwas zurückzuerwarten und das ist sie nicht gewohnt. Das ist sie einfach nicht gewohnt, weil die meisten Menschen mit Scheuklappen in dem Wie hängen geblieben sind. Wie schaffe ich das? Wie kann ich meine Situation verändern? Krampf, 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 Druck, 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 Druck. Du spürst dann diesen Druck nicht mehr und das ist sowas von befreiend. Das Gesetz der Gefühlsübertragung, so wie du dich in einem sozialen Kontext fühlst, so wird sich auch dein Gegenüber fühlen. Und wenn du dich unter Druck fühlst, dann wird sich dein Gegenüber, total unter Druck gesetzt fühlen. Das wollen wir nicht, da suchen wir Abstand von. Andersherum, wenn du natürlich in Liebe bist, dann fühlst du dich warm an und herzlich und machst keinen Druck. Das ist ja gerade der Unterschied, das ist das Gegenteil von Druck. Du machst 0,0 Druck und sie spürt das und merkt, okay, der willge nicht zu mir, der wird mich hier nicht irgendwie festnageln, wer ist das? Und dann bleibt sie stehen. Diese Situation ist sowas von schön, immer wieder anzusehen, wenn eine Frau, wenn du gerade ein wunderschönes Kompliment gemacht hast und sie spürt, dass du nichts von ihr brauchst, nichts von ihr willst, immer langsamer wird und dann wirklich stehen bleibt und einfach lächelt, sich bedankt und verdutzt guckt, weil sie merkt, der will ja gar nichts von mir. Daraus entstehen wirklich wunderschöne Situationen, aus der noch mehr geschehen kann. Ihr könnt euch ja trotzdem noch vorabreden, ihr könnt euch ja trotzdem kennenlernen auf der Stelle, ihr könnt auf ein spontanes Date gehen, wie ich gesagt habe, was dem Teilnehmer passiert ist, zwei Dates noch in derselben Woche gehabt. Das ist möglich, das ist nicht so verrückt. Es hört sich so verrückt an, eben weil unser Default, unser 0815-Zustand einfach dieser Druckzustand ist und es ist so schwer für uns, uns wieder zurückerinnern, wie es war, als wir in Leichtigkeit waren. Aber du kennst den Zustand in Leichtigkeit. Beim Sascha war es genauso jetzt vor kurzem. Dominik, du hast die Geschichte sogar noch mehr auf Lage als ich. Ja, ja. Bevor ich gerade noch auf Sascha eingehe, das Ding mit dem Druck ist ja dann auch, also, oder dieser Default-Zustand, dieser Status-Quo-Zustand, dieser 0815-Zustand, in dem wir sind. Wir glauben als Mann dann immer ganz gerne, okay, da ist eine hübsche Frau und weil ich sie hübsch finde, muss ich jetzt alles tun, um sie irgendwie zu bekommen. Und das ist halt Druck, weil du bist halt nie vorbereitet dafür. Ganz besonders, wenn du nie gelernt hast, irgendwie die Flirtelemente anzuwenden und vor allem, wenn du nie gelernt hast, irgendwie in die Leichtigkeit zu kommen und übrigens, wie du das tust, flirtanalyse.de, wir helfen dir dabei. Aber wenn das halt so dein Default-Zustand ist, dann denkst du halt so, okay, jetzt ist der Moment da, jetzt ist meine einzige Chance da und jetzt muss ich das irgendwie schaffen und erreichen und ich muss performen. Und weil du halt dann performst und eine Rolle spielst, die du nie geübt hast, Stress, Druck. Und wenn du halt diesen Druck ausstrahlst, dann strahlst du, so gesetzte Gefühlsübertragung, strahlst du halt auf sie Stress, Gefahr aus. Das sorgt für Unsicherheit. Gefahr bedeutet Unsicherheit. Und sie möchte sich von dieser Gefahr entfernen. Und da du diese Gefahr ausstrahlst, möchte sie sich von dir entfernen. Da muss man nicht irgendwie Raketenwissenschaft studiert haben, um einfach diesen Zusammenhang zu kennen. Das heißt, du hast es jetzt so lange mit Druck schon versucht, versuch es mal mit was anderem. Vielleicht ist das hilfreicher für dein Ziel. Nämlich genauso, wie es Sascha auch gemacht hat. So guter Übergang. Sascha hat nämlich, das hast du auch hier und da mal in einem Video, hier glaube ich auch schon mal gesehen, hier und da, glaube ich, gibt es eigentlich ein Testimonial von Sascha? Wir müssen eigentlich mal ein Testimonial von Sascha einholen. Ich habe diese ganzen Testimonials des letzten Jahres dem Mirnes immer noch nicht gegeben zum Hochladen. Wir haben noch so viele. Aber hey, auf YouTube haben wir noch einige Alte, die hochgeladen wurden. Und die findest du einfach, wenn du Andy Friday Erfahrungen suchst. Da haben wir mal eine Playlist zusammengestellt. Genau. Genau, also Sascha hat auch irgendwie so einen schlechten Tag und so weiter. So ist, ja, ist sehr verkopft durch die Gegend gelaufen. Hat weiterhin versucht, dann irgendwie trotzdem Frauen anzusprechen, hat sich irgendwie dazu gezwungen, das zu tun. Und dann haben wir kurz gesprochen und dann ist ihm klar geworden, okay, ich darf mich eigentlich entspannen. Und dann hat er sich auf eine Parkbank gesetzt, hat sich ein, weil so, er hat gesehen, dass es so nicht funktioniert. Er hat Abfuhr nach Abfuhr bekommen. Frauen haben ihn ignoriert. Frauen haben ihn, haben ihm halt so einen harten Korb gegeben, haben ihn komisch angeschaut, mit manchmal, hat er auch gesagt, so mit verzerrtem Gesicht, so im Sinne von, was willst du denn von mir? Und das war halt so nach einer Zeit und vor allem so, wenn das halt so ein paar Tage passiert, weil er halt in diesem Zustand von dieser schlechten Phase, er hat nicht einen schlechten Tag, sondern auch fast schon eine schlechte Woche mit ganz vielen schlechten Nachrichten. und wenn es halt auf Dauer passiert, dann will er, oder kennst du das, das kennst du wahrscheinlich auch von dir, da willst du wahrscheinlich auch einfach schnell irgendwie eine gute Nachricht, schnell eine Erlösung von diesem Leid haben. Und er hat dann gedacht, okay, wenn ich jetzt, ich spreche einfach weiterhin Frauen an und eine reagiert dann gut und dann geht es mir auch gut. Aber das hat halt nicht geklappt. Wir haben noch kurz gesprochen und ich habe ihm gesagt so, entspann dich mal, alles gut. So, das funktioniert ja scheinbar so nicht. Ist doch schönes Wetter, hol dir mal ein Eis, entspann dich. Und dann hat er das gemacht. Hat er dann später noch in unserer Coaching-Gruppe, hat ein Live-Video darüber gemacht und hat erzählt, was ihm so passiert ist. Und er hat sich dann hingesetzt auf eine Bank und dann irgendwie auch so das Wasser genossen. Also er wohnt in einer Hansestadt und hat dann so in Sicht ans Wasser gesetzt, die Sonne genossen, das Eis genossen und dann kam so ein paar Minuten später, während er noch das Eis isst, eine junge Frau vorbei. Und sie fragt ihn, ob er ihr helfen kann, das ein Stand-Up-Paddle-Ding-Board aufzupumpen oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Aber auf jeden Fall irgendwie dieses Board fertig zu machen. Und dann hat er ihr geholfen. Die haben ein bisschen miteinander geflirtet. Er hat ein paar Flirtelemente angewendet und so weiter. Sie ist dann Paddling gegangen und er saß weiter da und hat sich einfach entspannt. So hat das Gespräch genossen, nichts weiter dabei gedacht, hat sich einfach weiter wieder in die Sonne gesetzt und einfach den Tag genossen. Sie ist weggegangen. Sie ist paddeln gegangen. Ja. Und er hat nicht ihr irgendwie nochmal so, können wir uns irgendwie verabreden oder deine Nummer? Nee, eben das nicht. Das ist ein großer Unterschied zu dem typischen Verhalten, wenn eine Frau dich anspricht und irgendwie, weiß ich nicht, nach einem Feuerzeug fragt oder sowas, dann denkt das männliche Gehirn, oh, hier ist meine Chance, jetzt nicht verkacken. Und genau da hat er gesagt, das mache ich jetzt nicht. Ich genieße einfach nur. Ich bleibe im Genuss. Großer Unterschied. Ja. Genau. Und dann kam sie nach einer halben, dreiviertel Stunde wieder, wieder auch so halt in den gleichen Steg hinauf, wo sie dann auch reingegangen ist. Und dann haben die sich wieder weiter unterhalten. Und dann ging dieses Gespräch so 10, 20 Minuten und dann hat sie ihn gefragt, ob er sie zu ihrem Auto begleitet, so um die Sachen, die Stand-up-Paddling-Sachen wegzupacken. Und währenddessen haben die sich noch ein bisschen weiter kennengelernt. Und dann hat er gesagt, so, lass uns doch mal gerade spazieren gehen. Dann sind sie spazieren gegangen und dann hat er ihre Hand genommen. Und dann sind sie händchenhaltend durch die Gegend gelaufen. Und dann, nach kurzer Zeit, hat er gesagt, so, weißt du was, du bist einfach so faszinierend. Das war so ein schönes Gespräch bisher. Ich muss dich jetzt küssen. Und dann haben die sich geküsst. Und die beiden treffen sich jetzt dann auch in der nächsten Woche wieder zu einem Date. Also das ist, sowas kann passieren, indem du einfach halt so dann den Druck einfach weglegst, dir erlaubst, dass du dich entspannen kannst. Dann passieren Sachen. Das ist einfach nur mit Magie zu erklären. Es ist nicht so verrückt, verrückt, wie du denkst. Es ist viel wahrscheinlicher, dass eine schöne Begegnung mit einer Frau, die mehr wird, als nur diese schöne Begegnung, ein normaler, ein normales Ereignis deines Lebens ist, wenn du in diesem Zustand dich jeden Tag dazu entscheidest, zu befinden. Wärme, Leichtigkeit, mit anderen Menschen mal ein Hallo auszutauschen, zu genießen, dich zu freuen, dich einfach nur zu freuen, wenn schöne Frauen in der Nähe sind, ohne den Druck irgendwas machen zu müssen. Und vielleicht gibst du mal ein Kompliment. Wunderbar. Der Unterschied, den das macht, als Baseline auf die Möglichkeiten, die daraus entspringen, nicht jedes Mal, wir sind keine Scharfschützen, es geht nicht darum, dass du jede Frau rumkriegst. Glas klar, das ist eben nicht das Ziel. Es geht darum, ein Ausstrahlungsmuster an den Tag zu legen, das aus Gewohnheiten aufgebaut wurde. Und diese Gewohnheiten musst du eben erstmal aufbauen, damit du in diesem Zustand des Genusses dann viel mehr Situationen nutzen kannst. Und wenn sie nicht klappen, dann klappen sie halt nicht, weil du brauchst auch nicht, dass das klappt. Und daraus entspringen immer wieder mal Dinge, an die du den Rest deines Lebens denken wirst. Das ist das Verrückte. Wir müssen wegkommen von denen, aber was ist denn deine Erfolgsquote? Was ist denn hier die Quote, mit der du irgendwie Frauen überzeugen kannst von dir? Genau das ist das Problem. Die Quote, wenn du nach Quote Ausschau halten würdest, dann suchst du nach, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich es, maximal viel rauszuholen und Bestätigung zu bekommen? Und genau das funktioniert ja eben nicht. Das ist ja das Verrückte. Wenn wir loslassen davon und uns neue Gewohnheiten aneignen, dann passieren die Dinge ganz nebenbei. Ich weiß, das hört sich irre an. Die Frau hat ihn angesprochen. Oder wie wir auch erzählen, dass super oft die Männer in der zweiten Woche dann von anderen Leuten begrüßt werden. Das hört sich whack an. Aber es passiert halt. Es ist Fakt. Wir zeigen unseren Männern nicht, wie sie im Online-Dating ein paar bessere Fotos und besser, keine Ahnung, den Algorithmus rumkriegen können oder so. Nonsens. Die ganzen Bilder, die du hier siehst, die sind alle diese Männer, die haben Frauen im echten Leben angesprochen. Im echten Leben. Einfach beim Spazierengehen, beim Supermarkt, beim Feiern gehen, beim Bergsteigen, beim Radfahren. Und daraus sind diese Situationen entstanden, an die sie sich ein Leben lang erinnern können. Vor allem die Frauen ein Leben lang erinnern können. Wir haben euch ja auch schon mal Briefe vorgelesen oder einen Brief von einem Kunden oder eben auch die Briefe gezeigt. Habe ich mal einige Male gepostet. Die dann Frauen den Männern schreiben und sagen, danke, dass du mich angesprochen hast. Danke, dass du in mein Leben getreten bist. Und wie viele dieser Situationen brauchen wir auch wirklich? Muss das denn jede Woche passieren? Jetzt beim Sascha war das zweimal in der Woche. Da hat er zwei Dates in der Woche gehabt. Ne, warte mal, Quatsch. Sascha hat sogar noch mehr. Sascha hatte ja noch mehr. Ja, stimmt. Er hatte was? Vier oder sowas? In der Woche? Vier oder fünf Dates, ja. Genau. Das war eine andere Woche. Jetzt war nicht der Woche, wo wir jetzt sprechen, aber jetzt in dieser Woche allein hatte zwei Dates. Weil er genossen hat an dem Tag. Ja, ja. Und hier, Disclaimer, das ist nicht der Zustand, den du hinterher eifern solltest. Jeden Tag ein Date oder mehrere Dates in der Woche. Nein. Und wir nennen diese Beispiele auch eben, weil sie so toll sind. Das ist nicht die Norm, dass jeder bei uns im Coaching vier Dates die Woche hat. Quatsch. Aber sowas passiert öfter, als du glaubst. Und dass du ein Date hast, also das ist nicht, das ist überhaupt nicht unrealistisch. Das ist ein Teil, wie gesagt, das ist ein natürlicher, ein natürliches Nebenprodukt des Lifestyles, das aufgebaut ist auf deinen neuen Gewohnheiten. Diese neuen Gewohnheiten, die ziehen einfach schöne Momente an. Das passiert ganz nebenbei. Die Schwierigkeit, die größte Schwierigkeit ist wirklich das Ablegen der alten Gewohnheiten aufgrund von Erwartungen, wie zum Beispiel, ich darf keinen Fehler machen, ich muss sie von mir überzeugen, ich will gut performen. Was auch Männer haben, die schon sehr viel Erfahrung mit Frauen haben. Immer wieder. Kommen auch Männer zu uns, die haben schon mit x Frauen geschlafen, hatten schon einige Affären, Beziehungen, aber die finden dann eben nicht die richtige, die finden dann eben nicht die Partnerin oder die Frau, die noch nicht mal Partnerin wurde, weil sie haben keine Freundin, es sind immer nur so kurzzeitige Sachen, wo dann mal eine tiefe Verbindung entstehen kann. Da passiert diese Verbindung nicht. Eben, weil sie immer noch hängen geblieben sind auf dem Ergebnislevel. Sie möchten unbedingt Ergebnisse, möchten unbedingt Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Und die Frau bleibt einfach nicht. Die bleibt nicht da. Und sobald wir mit diesen Männern dann mal daran arbeiten, wieder an den Basics, emotionale Unabhängigkeit, Leichtigkeit, in Vorleistung gehen von dem Gefühl, das du gerne haben willst, dann tut sich was auf einem tiefen Level, wo die Gespräche mit Frauen einen ganz anderen Charakter bekommen, wo die Zeit, mit denen sie Frauen, die Zeit, die sie mit Frauen verbringen, viel intensiver und länger wird und die Frau sie auch mal wiedersehen will, da tut sich dann was. Da tut sich eine ganze Menge. Und mega geil, zwei der Männer, die gerade bei uns in der Seduction Mastery sind, haben gesagt, dass sie zum ersten Mal wieder seit langem das Gefühl von Verliebtsein hatten, was sie schon seit 16, 18, 17 oder sowas nicht mehr hatten. Und das ist ein riesen Fortschritt, dieses Gefühl wieder zu haben, was du dir vielleicht sogar verwehrt hast, weil du damals verletzt wurdest oder weil du gedacht hast, es hat ja eh nicht geklappt. Ich habe hier einfach eine Mauer aufgebaut, damit ich diese Gefühle nicht mehr spüren kann. Das wieder zuzulassen, ist saumutig. Und das passiert Schritt für Schritt für Schritt. Neue Gewohnheiten bilden einen neuen Charakter und einen neuen Charakter, das bist du. Das ist die Persönlichkeit, die immer aus dir rauskommen wollte. Und du hast diese Verpflichtung, sie auch aus dir rauskommen zu lassen. Wenn du irgendwann mal von dem Planeten gehst, willst du wirklich, dass Leute dann sagen, ah ja, das war halt der Tom, das war halt der Sebastian. Der war halt, wie er war, hat sich nicht viel getan, so wie ich ihn damals kennengelernt habe, so war er immer noch. Hat er irgendwann mal eine Freundin gehabt? Ja, ich glaube, da war mal irgendwann jemand, aber nee, tut mir eigentlich eher leid. Das ist eher so ein Beispiel für wie man sein Leben nicht leben sollte. Na gut, jetzt leben wir wieder unser Leben und das Grab verkümmert, weil sich niemand um das Grab kümmert, weil du nie eine Familie hattest, keine Kinder, keine Frau, niemand. Also ist das wirklich, was wir wollen? Ich habe es jetzt mal mega dramatisch gemacht, weil es dramatisch ist. Wir verschwenden unsere Lebenszeit mit diesem Druckzustand von ich muss, ich muss, ich sollte, ich sollte. Und das Dumme ist ja, es funktioniert nicht, es hilft nicht. Der Druckzustand bringt dir ja keine Resultate. Du kommst deinem Ergebnis ja nicht näher. Vertrau dem Prozess. Geh mal wirklich davon aus, dass die Männer, die das seit über zehn Jahren machen, wissen, wovon sie sprechen. Dass die Resultate, die sie bei anderen Männern schon längst hervorgerufen haben, die jetzt die richtige gefunden haben, eine Familie haben, Kinder haben mittlerweile mit der Frau, die sie bei uns im Coaching kennengelernt haben, dass da irgendwas da drin steckt, was vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist. Und wenn du dich nur einen Tag lang in diese neue Lebensgewohnheit mal reinfallen lässt, einfach mal den Prozess anfängst zu genießen, dann wirst du nicht mehr zurück wollen. Garantiert. Du wirst nicht mehr zurück wollen, weil du weißt, wie scheiße sich das andere Leben angefühlt hat. Selbst wenn du auf der Oberfläche genau gleich viele Ergebnisse hast von null. Immer noch null Freundin, null Sex, alles gleich. Aber das eine fühlt sich so viel besser an, dass du das andere nicht mehr haben möchtest. Und wenn sich was gut anfühlt, dann machen wir es auch öfter. Dann sind wir motivierter, es öfter zu tun. Genau deswegen kommen ja dann auch die Resultate peu à peu. Weil das eine Kumulation von Gewohnheiten ist und du bist motiviert, weiterzumachen, weil du weißt, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich gut an. Und so kommen dann auch die Ergebnisse Stück für Stück. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, Frauen sind nicht perfekt, Beziehungen sind nicht die Traumvorstellungen, wie wir sie immer mal hatten, dass wenn du die Richtige hast, dass dann alles smooth läuft. Nein, Beziehungen sind auch Arbeit. Ich bin ja jetzt seit fast zehn, eineinhalb Jahren mit meiner Partnerin zusammen und das ist Arbeit. Es ist Arbeit, weil es eine Entscheidung ist. Jeden Tag ist eine Entscheidung zur Liebe, eine Entscheidung, die Liebe als Handlung zu sehen und nicht einfach nur als etwas, was ja, entweder ist es da oder ist es nicht da und genau dieselbe Entscheidung, die lege ich auch an den Tag, wenn es an meine Arbeit geht, wenn es um unsere Kunden, unsere Klienten geht und wenn es natürlich auch um die Menschen geht, die ich tagtäglich sehe. Wenn du eine Frau siehst, dann kannst du dich entscheiden, werde ich das Ganze jetzt um mich herum gestalten? Geht es jetzt um mich? Um meine Unzulänglichkeit? Um meinen Mangel an Anziehungskraft? Um meinen Mangel an Charisma? Um meinen Mangel an Selbstbewusstsein? Um all die Sachen, die ich falsch mache und die bei ihr bestimmt schlecht ankommen? Oder mache ich es mal auf sie bezogen? Und ich denke einfach mal daran, wie schön sie ist und wie grazil sie sich bewegt und was sie wohl für ein Charakter ist und was sie wohl für ein Typ ist und was wohl ihre Vorlieben sind und ihre Hobbys sind und wo sie wohl gerade hingeht und was sie vielleicht seit Jahren schon als geheimes Projekt neben ihrer Arbeit und neben ihren Studien aufbaut, weil sie so begeistert ist von einer bestimmten Sache. Das ist viel interessanter, viel befreiender, weil es nicht mehr um dich geht und es geht um andere und du kannst dich dafür freuen und das erzeugt Fluss. Das erzeugt Leichtigkeit. In der Leichtigkeit können wir viel leichter für andere zugehen, Hallo sagen, flirten, Nummern tauschen, auf Dates gehen und so weiter. Das ist einfach ein radikaler Unterschied. Absolut. Du bist halt nicht mehr auf der Suche die ganze Zeit nach Bestätigung, du bist nicht auf der Suche danach irgendwie, dass du jetzt Signale von dir bekommst, dass du alles richtig machst und den nächsten Schritt tun darfst und so weiter und dass du vor allem auf der Suche nach Signale sein, um damit die Bestätigung zu bekommen, dass du richtig bist, dass du es wert bist, dass du wertvoll genug bist, um in ihrer Nähe zu sein. Das ist halt der falsche Ansatz. Der fühlt sich nicht gut an. Andi und ich kennen den auch. Wir haben genau das Gleiche gemacht. Aber das führt halt nicht zum Ziel. und so gerade das Segnen, darauf möchte ich gerade nochmal eingehen, so segne das, was du möchtest. Segne, was du möchtest. Du siehst Pärchen um dich herum und du möchtest, so du fühlst, du fühlst, dass du dich alleine, also dass du alleine bist. Du fühlst dich einsam. Dann segne Pärchen um dich herum. Segne, was du möchtest. Auf der anderen Seite, lass uns mal die Vokabeln austauschen und mal ein Negativbeispiel machen. Glaubst du, dass das jemand, der, also die Vokabel, lass uns mal die Vokabelbeziehung gegen die Vokabel Geld austauschen. Glaubst du, dass jemand, der viel Geld hat, den wir als reich oder wohlhabend bezeichnen, glaubst du, dass der schlecht über Geld nachdenkt, dass der sagt, oh Geld ist furchtbar, ich bin ja so ein Bonze oder ich hab mein Geld durch, was auch immer, krumme Dinge verdient. Glaubst du, dass der das denkt, dass der abfällig darüber, über seinen, und jetzt in Anführungszeichen, Erfolg spricht, weil was halt auch immer für jeden Erfolg bedeutet und so weiter, aber glaubst du, dass jemand, der Erfolg hat, abfällig über seinen Erfolg spricht. Es ist häufiger so, dass jemand, der eher weniger Geld hat und mit Geld eher struggelt und es schwer hat, irgendwie, um die Runden zu kommen, dass der schlecht über Geld nachdenkt. Das ist doch derjenige, der oftmals, nicht alle, aber wir hören das häufig von Menschen, die halt so es schwer haben mit Geld, dass die mit dem Finger auf Menschen zeigen, die mehr Geld haben. Und da ist der Zusammenhang. Segne, was du möchtest. Wenn du jemanden siehst, der den Erfolg hat, den du gerne haben möchtest, in welchem Bereich deines Lebens auch immer. Gesundheit, Job, Finanzen, Beziehungen. Segne jemanden, der das schon erreicht hat. Freu dich für ihn. Wenn es für ihn möglich ist, dann ist es auch für dich möglich. Es ist kein Unterschied. Ihr seid einfach nur zwei andere Menschen, aber es ist kein Unterschied, wenn er das erreicht, dass du das auch erreichst. Segne, was du möchtest. Ich kann es nicht deutlich genug unterstreichen. Richtig. Wir hämmern diesen Punkt auch immer wieder ein, weil wir es einfach verhindern, wissen aus den abertausenden Gesprächen in der Flirt- und Charisma-Analyse und mit unseren Kunden und Klienten, wie viele Male wir da richtig reingehen müssen, bis es irgendwann Klick macht. Denn ich weiß ganz genau, dass hier zu viele Männer gerade zuhören, die Podcast-Folge, und sagen, aber tue ich doch, Andi, Dominik. Ich finde es doch schön. Ich fände es doch schön, eine Beziehung zu haben. Ich fände diese Zweisamkeit total schön. Ja, klar würde ich das genießen. Und genau das ist das Problem. Du würdest es genießen, wenn du es hättest. Das ist nicht, wovon wir sprechen. Wir sprechen nicht davon, dass du diesen Zustand hinterher eiferst, sondern ich möchte das unbedingt. Das ist eben nicht, in Vorleistung gehen und jemandem anderen dieses Gefühl schenken. Wow, das ist doch toll. Du bist gerade in einer Beziehung. Mega geil. Wie habt ihr euch kennengelernt? Geh doch mal auf ein Pärchen zu und gib einfach mal ein Kompliment, wenn du denkst, die beiden sehen super süß zusammen aus. Lernen sie kennen. Sagt, ihr seht einfach nur Hammer aus. Das finde ich so toll. Sieht man heutzutage so selten, dass irgendwie Pärchen so wirklich so offen und strahlen. Echt wunderschön. So eine Beziehung möchte ich auch mal. Die werden sich bedanken. Die werden so krasse Augen machen. Und dann fragst du, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Lernt, zeig deine Faszination für dieses Konzept Liebe, was du ja auch gerne hättest, aber jetzt gerade vor dir siehst. Zeig deine Liebe dafür. Begeister dich dafür. Wow, das ist doch mega toll. Stell Fragen. Das macht was mit dir. Klar, machst du was auch mit denen. Das ist es ja. Du schenkst so viel Positivität. Die werden jetzt den ganzen Tag mega strahlend rumlaufen und werden auch anderen Leuten davon erzählen. Oh, das war doch echt toll. Aber das macht ja auch irgendwie eine sehr angenehme Nacht gemeinsam haben. Ja, richtig. Und sie wird dabei nur an dich denken. Nein, wahrscheinlich nicht. Er wird dabei an dich denken. Vielleicht beide. Warum haben wir den nicht eingeladen? Vielleicht nehmen sie dich auch mit. Genau. Aber das Ding ist, es macht ja auch was mit dir. Das ist das Verrückte. Wenn wir sagen, vertraue auf den Prozess, das ist nicht nur ein fucking Floskel. Es funktioniert. Es macht auch was mit dir. Und auch da denke ich jetzt direkt an diese eine Person, die zuhört und sagt, okay, okay, ich werde das machen, ich werde das machen. Und dann macht er es einmal. Es hat nicht geklappt. Ich habe mich nicht besser gefühlt. Boom. Und der war wieder in der Erwartungshaltung und wollte unbedingt diesen Zustand, den ich ihm hier versprochen habe. Ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast, Anni, und es hat nicht funktioniert. Es soll auch nicht funktionieren. Hier soll nichts funktionieren. Genießen ist keine Funktion. Das ist ja gerade der Punkt. Da ist ein großer Unterschied zwischen, ich mache das, um ein Ergebnis zu bekommen und ich mache das einfach nur, weil ich es liebe, weil ich etwas Gutes tun will, wo es nicht um mich geht, weil ich mal ganz, ganz, ganz niedrig stapeln möchte und da anfangen will, wo es überhaupt Sinn macht, anzufangen. In der Liebe. Okay. Ich wünsche mir Liebe, wäre es doch sinnvoll, vielleicht da anzufangen und nicht dort anzufangen, was ich aus den Ergebnissen erwarten würde, wenn ich sie hätte, aber nur, wenn sie gut genug aussieht und wenn ich keine Fehler gemacht habe und sie denkt, dass ich auch toll bin und dann im Bett auch einen hochbekomme und, 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 und. Also das ist so viel Druck. Ich habe gerade mehrere Kundengeschichten auf einmal zusammengebastelt zu einer Horrorversion. Aber genau das ist ja Druck, 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 Druck. So flutscht es nicht. Weder in der Kiste noch außerhalb der Kiste. Das ist ja auch so, du, du, du hast jetzt auch nicht irgendwie deinen, von mir aus, Jahresurlaub und dann fliegst du in den All-Inclusive, in das All-Inclusive-Resort 17 Sterne und so weiter. So, da fliegst du ja dann auch nicht hin und sagst so, okay, ich habe jetzt zwei Wochen, schnell entspannen. Und dann guckst du auf die Uhr, so liegst schon irgendwie sechs Stunden am Pool und denkst, ich bin immer noch nicht entspannt, ich werde schnell entspannt, ich habe nur noch 13 Tage. Machst du ja auch nicht. Du weißt dadurch ja intuitiv, durch den Druck, dass du dich schnell entspannen möchtest, wirst du dich nicht entspannen, wirst du nicht genießen, wirst du nicht die Sonne genießen, den Urlaub genießen, sondern du wirst immer denken, oh, ich habe nur noch eine Woche und ich bin immer noch nicht entspannt. Entspannung passiert in der nächsten Sekunde, wenn du dich dafür entscheidest, wenn du dich dafür entscheidest, von all dem loszulassen, was du gerade glaubst, irgendwie wichtig ist, was du gerade glaubst, notwendig ist für diesen Moment. Wenn du es wüsstest, wenn du das Wie kennen würdest, dann wärst du ja schon deinem Ziel. Auf der Suche nach dem, wenn du dich halt nach dem Wie fragst, wenn du auf der Suche nach dem Wie bist, wie kann ich jetzt diese Frau erreichen und so weiter, wie kann ich jetzt eine Freundin finden, wenn du das Wie wüsstest, hättest du es doch schon erreicht. Versuch es mal eher, wie Andi am Anfang schon gesagt hat, mit dem Warum. Warum machst du das Ganze eigentlich? Du machst es für die Liebe. Du machst es dafür, dass du Liebe schenken kannst, weil du weißt, wenn du jemandem Liebe schenkst, dann fühlst du dich auch gut. Das ist doch genauso wie wenn, keine Ahnung, Weihnachten, da ist jemand ganz Besonderes in deiner Familie, Freundeskreis, was auch immer und du denkst dir, hm, was würde diese Person eigentlich gefallen? Dann gehst du durch die Stadt und dann siehst du plötzlich in einem Schaufenster, Bingo, das ist es, ich kaufe das jetzt. Und dann ist vielleicht erst August und in vier Monaten ist es erst Weihnachten. Aber du hast es schon mal und du wartest darauf, dass endlich Weihnachten ist und du verpackst das Geschenk und dann gibst du das dieser Person und du wartest ganz gespannt darauf, wie diese Person das Geschenk aufmacht und plötzlich ist diese Person einfach voller Freude und es kommen ihr Tränen übers Gesicht, weil genau dieses Geschenk einfach so sehr auf ihre Seele trifft und einfach diese Person freut sich und du freust dich. Genau das ist es. Da hast du ja auch nicht bei diesem Geschenk gedacht so, okay, wenn ich jetzt dieses Geschenk mache, dann im Februar wird mir diese Person beim Umzug helfen. Ja. Hast du ja auch nicht gedacht. Ja. Ja, das ist Liebe gegen Leistung. Genau. Das ist alles schon in dir. Das Wie, das ist natürlich auch relevant. Wie spreche ich mit Frauen? Wie ticken Frauen? Was brauchen sie? Wie führe ich? Smooth, entspannt, charmant. Aber das Wie ist 10%, wenn nicht sogar weniger von der Gleichung. Wir gehen immer wieder zurück auf die Basics bei uns im Coaching. Und die Basics sind das Fundament, mit dem alles läuft. Das Wie, das kriegst du, das kriegst du innerhalb der ersten drei Wochen, bekommst du schon bei uns das Wie. Flirtelemente bekommst du da beigebracht. Das übst du bei uns im Coaching während der gesamten Zeit. Immer wieder. Wir haben dafür extra einen Inhaltspunkt, wo du immer wieder live mit uns das übst und wir das coachen. Aber das ist nur ein Teil davon. Wie? Wie flirte ich? Was kann ich sagen? Was ist schlagfertig? Was ist charmant? Und so weiter und so fort. Ja, das ist aber nur ein kleiner Teil. Und das Geile ist, wenn du dieses Wie, also den Leitfaden einmal gelernt hast und du den auch geübt hast und du einfach mal so eine Woche vollen Fokus drauf gelegt hast und daraus neue Gewohnheiten hast etablieren lassen, dann passiert was mit dir im Laufe von ein paar Monaten, ganz realistisch, einige Monate dauert das, wo du genug in petto hast, wo du nicht noch mehr Sprüche oder so einen Quatsch brauchst, also überhaupt nicht, brauchst da keine Sprüche. Dann, mein Lieber, dann geht es nur noch um die Erweiterung deiner Komfortzone. Womit fühle ich mich jetzt noch nicht so wohl und werde jetzt in kleinen Schritten mich in diese neue Gegend begeben, die mir ein bisschen Angst macht, aber ich mache es auf so eine angenehme und Stück für Stück Weise, dass ich mich immer wohler damit fühle und dann fühlst du dich auch irgendwann richtig wohl damit, auf eine Frau zuzugehen, ein Kompliment zu machen oder mehr und Händchen zu halten und dann auch auf ein spontanes Date zu gehen. Du fühlst dich dann immer wohler damit und manchmal viel schneller, als du glaubst. Das ist halt das ganze Geheimnis, was es zu lernen gibt und die meisten denken halt, okay, ich muss das wie, ich muss mich auf das wie fokussieren, wie mache ich das, wie mache ich das, was sind die richtigen Dinge, die ich sagen soll. So, der Unterschied ist, komm mal zu uns in die kostenlose Flirt-Tipp- und Charisma-Analyse und wir schauen uns einmal ganz genau an, welche Fehler du bisher gemacht hast, welche Strategien oder Methoden du unbedingt gesucht hast oder gemeint hast, dass sie funktionieren würden und wo der Fehler liegt, warum du immer noch kein Ergebnis hast, wieso da immer noch nicht die richtige an deiner Seite ist und mit dem Gespräch wirst du eine Basis haben, mit dem du für die nächsten Monate arbeiten kannst. Garantiert. Dann geben wir dir eine Einschätzung deines Flirt-Typs, geben dir eine Einschätzung deines Charisma-Potenzials und damit hast du alles in der Tasche, was du brauchst. Du weißt dann auch schon, was du schon längst richtig machst, wo du vielleicht noch gar nicht weißt, dass es auch gut ankommt bei Frauen und du diese Stärke dann einmal bewusst auch einsetzen kannst bei Frauen, womit du dann auch viel besser punktest. Die Begriffe von Punkten und Interesse wecken und so weiter, die verwende ich hier bewusst, weil das ist ja noch der Punkt, an dem du bist, dass du gerne diese Ergebnisse hättest. So Step by Step, wir müssen immer dort ansetzen, wo du gerade bist und wenn du gerade noch an dem Punkt bist, dass du Interesse wecken willst, okay, dann ist das der Punkt, wo wir jetzt ansetzen und daran arbeiten. Das heißt aber nicht, dass du innerhalb der nächsten Monate kein Interesse wecken sollst. Du sollst auch und darfst auch von Frauen wahrgenommen und gesehen werden. Das wird auch ein natürlicher Teil deines Prozesses sein. Der Unterschied ist einfach, machen wir das Ganze auf einer Herzensebene oder machen wir das Ganze auf der logischen, verkopften, rationalen Ebene. Was mache ich alles richtig? Was mache ich alles falsch? Denn auf der rationalen, verkopften Ebene hat es nicht geklappt in der Vergangenheit. Das weißt du. Diese Ebene führt nicht ans Ziel. Wenn das Ziel eine emotionale Verbindung ist, dann müssen wir den Weg der Emotionen gehen für die emotionale Verbindung. Wir sind keine Roboter, die hier versuchen, irgendwie unsere Ersatzteile auszutauschen. Es ist wirklich nicht so verrückt. Es ist nicht so verrückt. Geh auf www.flirtanalyse.de und schau dir einmal an, was du auf der Seite findest. Da wird die flirte.charisma-analyse ganz genau erklärt. Kannst dir das Video dort anschauen in Step by Step. Dann kannst du dich dafür eintragen, wenn sich das für dich interessant anhört. flirtanalyse.de Ich würde sagen, für heute, fahr bitte vorsichtig und bleib noch deiner Familie und deinen Freunden erhalten. Es sei denn, Dominik, du willst ihm auf dem Weg im Auto noch was mitgeben zum Nachdenken. War sehr vorsichtig. War sehr. Übervorsichtig. Verkopfe bitte unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Überall lauert Gefahr. Fahr am besten gar nicht erst. Bleib zu Hause sitzen. Geh nicht vor die Tür. Ja, unser Auto ist ja abgeschmiert jetzt gerade vor ein paar Tagen. So, ich werde mir ein neues holen müssen jetzt. Einen neuen Gebrauchtwagen. Weil ein Neuwagen ist ja Nonsens. Meine Lieben, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns. Bis bald.